Es ist soweit, Fredbear and Friends Left Road Custom Room Und die letzte Custom Nacht Oh Alter Bin ich schon dafür bereit? Ich weiß es nicht, denn Alle haben eine verschiedene Mechanik Keiner hat die gleiche Und das finde ich Bisschen berengsingend Ich muss Auf so viele Achten Ich weiß nicht, ob ich Seht ihr? Call an ambulance An ambulance Okay, das ziehe ich noch durch Okay Ben ist der erste Strike Shuffle. Ich wusste es. Ich wollte gerade gucken. Tut mir leid. Ich dachte, ich schaffe es. Na gut, hab's verstanden. Ich hab's gemerkt. Immer gucken. Jetzt mal das Endo und dann noch das. So. Okay, ich weiß, wer der Gefährlichste ist. Mann, der hier. Der ist übelst schlimm. Wie will man den abwehren? Ich weiß, man muss die Musicbox dort rechts unten machen. Aber, wie soll ich's machen, wenn 200 Animatronics mich versuchen, Hops zu nehmen? Mann, wie ist ja klar? Ich konzentriere mich jetzt so hart. Ich warte, bis dieser Typ hier war. Sonst mach ich's nicht. Jetzt. Verdammt. Darf ich einmal kurz gucken, wer das war? Bitte. Das war der hier unten. Nee. Jeffrey. Hä? Hä? Das hab ich aber gemacht. Okay. Hä? Hä? What? Das macht doch keinen Sinn. Bruder, muss los. Leben, kein Sinn mehr machen. Das macht doch nichts. Ah Okay Hallo Man Das kann so schwer sein Ich hab's mal schock, ich hab's nicht Vielleicht macht nicht so viel mehr im Camp Okay Ich hab's nicht raus Schock Ich hab's nicht raus, ich hab's nicht raus 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 2 3 3 3 3 4 5 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 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 15 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 Ah, bah, 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 bah! Let's go! Let's go! Ein Minigame! Switch of the power. Okay, ist das... Nee, hier kann man nicht durch. Ich muss hier runter. Wie mache ich das denn? Hä? Ach, mit... Ach, komm, mit Enter. Woher soll ich das denn wissen? Enter this... Okay. Find and Truddle. Okay. Alter, die Musik, ich sag's euch, die Musik hat mich so weit gebraucht. Oh mein Gott, Säger. Nie wieder. Diese Challenge. Oh? War ich in der Party? Ohne mich? Jetzt kriegt ihr es mit mir zu tun. Okay, ja, anscheinend gehen wir Treppen runter. Ah, machen wir jetzt unsere Einigung. Take him. Ich nehm' ihn mit. No one will believe him. Niemand wird ihn glauben. The Getaway Ending. Damit hab ich zwei Endings! Hab ich jetzt geschafft? Warte, wenn ich Perspektive wegmache... Warte, ich probier's kurz aus. Ich hab noch... Ach, dann ist es so. Das ist ja viel besser! Guckt euch das mal an! Und ich hab das auf 3D gespielt. Da hat man viel bessere Kontrolle. Es sieht vielleicht besser aus, aber guckt euch mal an, wie schnell ich jetzt bin. Genauso ist es auf Ultimate Custom Night. Okay, ich lass mich mal umbringen. Okay. Digga, okay. Aber Perspektive würde ich lassen, einfach. Es ist einfacher ohne Perspektive, finde ich, meiner Meinung nach. Aber ich lass es drin. Guckt euch das mal an! Das sind jetzt die... Puppen drin. Die waren nicht davor. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die waren davor nicht da. Okay. Dann fehlt uns nur noch eins. Das hier. Aber ich hab euch gesagt, das machen wir in dem Live. Also, ciao!